Du Fuchs! Die ist eine Anwältin! Die sind alle geldgeil! Die wird dir sofort einreden, dass du den verklagen kannst. So ist es. Und dann sagst du ihr? Schatz, hilfst du mir mal? Ja, sofort! Nee, der Kofferraum ist noch offen. Ich schau nur kurz das Video zu Ende. Ich mach das sofort. Der blöde Köter! Nein! Der blöde Köter! Der blöde Köter! Nein! Der blöde Köter! Der blöde Köter! Nein! Was ist denn los? Ja, das hast du jetzt davon. Jetzt hat der blöde Köter von der Anwältin gegenüber das teurere Rindfleisch geklaut. Das gute Fleisch? Jetzt brauchst du auch nicht mehr hin. Der ist längst weg. Das kann doch nicht sein, dass sie ihren blöden Hund immer hier frei rumlaufen lässt. Ja, wenn du zu faul bist, die Einkäufe rechtzeitig reinzutragen und da Fleisch vor dem Hund rumliegt, dann beißt er natürlich zu und nimmt's mit. Ja, trotzdem muss sie dafür haften. Die ist aus Schwaben, die wird da niemals freiwillig irgendwas für zahlen. Stimmt auch wieder. Aber weißt du was? Ich ruf die an und ich sag, dass der Hund eines Kollegen etwas Teures von mir entwendet hat. Ob er dafür nicht haften müsste und was ich machen kann, wenn er nicht zahlt. Du Fuchs. Die ist eine Anwältin. Die sind alle geldgeil. Die wird dir sofort einreden, dass du den verklagen kannst. So ist es. Und dann sagst du ihr, dass sie ihr Hund war. Dann kann sie ihre Aussage nicht mehr ändern. So mach ich das. Frau Anwältin, hier ist der Nachbar von gegenüber. Hallo Herr Nachbar. Was kann ich für Sie tun? Ich hab da eine kleine rechtliche Frage. Und zwar, der Hund eines Bekannten hat bei mir etwas Teures entwendet. Jetzt will der Bekannte nicht zahlen und sucht die Schuld eher bei mir. Deswegen meine Frage, ist er für seinen Hund haftbar und was kann ich machen, wenn er nicht zahlt? Natürlich muss Ihr Bekannter für den Schaden aufkommen, den sein Hund bei Ihnen verursacht hat. Falls er sich weigert, können Sie natürlich gerne auch mich beauftragen, für Sie tätig zu werden. Mit der richtigen Formulierung und der Androhung einer möglichen Klage wird er sicherlich sehr schnell zahlen. Ach das ist ja klasse. Das heißt, ich kann Ihnen die Rechnung für mein Rinderfilet senden, was Ihr Hund aus meinem Kofferraum entwendet hat. Ach mein Hund war das? Ja. Okay, kein Problem. Wie teuer war denn das Fleisch? Also das war feinstes Rinderfilet vom Metzger. Ein Kilo für 79 Euro. Ja, dann würde ich sagen, wir verrechnen das einfach direkt. Verrechnen? Womit? Na ja, wissen Sie, die telefonische Rechtsberatung bei mir kostet 226 Euro. Abzüglich Ihrer 79 Euro für das feine Rinderfilet. Schulden Sie mir dann noch 147 Euro. Stopp! Komm so her. Hast du ein Video schon geliked? Eddy, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teile es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonnier unseren Kanal. Richtig.